Willkommen, liebe Leute, zu Ramschus Weltenwunder. Ich bin Geschäftsmart Ramschus, alles zähle für meine Ausstellung Ramschus Weltenwunder. Exotisches, nicht exotisches, kommen Sie uns alle einfach den Eintritt, das ist mir das Allerwichtigste. Dass Sie ein bisschen mehr von mir überzeugt sind, zeige ich Ihnen jetzt einen Zaubertrick vor, der ist komplett gratis. An dieser Stelle möchte ich mal die Presse begrüssen. Vereinsabdelegierte Ehemitglieder und einfach alle, die ich vergessen habe. Auf jeden Fall hat irgendjemand an diesem Tisch für mich die Kreditkarte, die Maespo-Karte. Wie gesagt, der Trick ist gratis. Hat irgendjemand bis hier, kommen Sie nicht so knasrig. Was ist die linke Seite-Karte? Die Seite-Karte geht dort. Es muss eine Magnetstreife drin, nach Helm-Zie. Schau, dann ziehe ich mich raus. Ich höre keine Angst an. Der Trick ist gratis. Ich ziehe Ihnen einfach 500 St. von Contra. Es ist eine ganze Karte. Frau Regula-Schweizer, kommt mir irgendwie bekannt vor. Auf jeden Fall, danke dem Magnetstreifen, werde ich diese einfache Karte für Sie jetzt fliegen lassen. Solche Sachen sehen Sie nur in Ramschos Welt. Ein Wunder! 500, 400, 300, 200, 100, 500! Danke lieber! Bitte schön! Bitte schön! Solche Sachen sehen Sie in meiner Ausstellung. Unter anderem auch das magische Ding, das hat nicht noch mein Hund für mich gefunden. Vor zwei Tagen. Der Hund ist irgendwie verschwunden. Ich weiss nicht, wo der Herr ist. Er muss irgendeiner gewesen sein und kein Tier, das er mir entwendet hat. Aber das letzte, das er noch gemacht hat, hat mir noch die Fröte gefunden, die Matsch. Ja. Oh, Ramso, bist du wieder Läuten-Mack-Zocker? Nein, nein, ein paar Tricks hier und da. Ich mache nur Angebote. Die Nachfrage reguliert sich selber. Ja. Hast du gesehen, habe ich für dich noch mitgebracht? Ja. Und was hast du denn für mich mitgebracht, für einen Knilch? Ja, das ist der Söderick, der macht bei mir Sozialstunden. Okay. Ja. Sieht sympathisch aus, mit seinem Stulpen, mit seinem Sack. GPS, das ist mühsam. Da geht wieder weg mit der Zeit. Aber schau jetzt, Leander, für dich. Das sieht doch mega antik aus. Da wirst du auch auf solche Sachen, die schon lange im Boden waren. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Nein, ich muss genau hier hinschauen. Ja. Ja. Die Verzieher, genau. Das ist irgendwie ein Ramsch. Hä? Nein, das ist nicht schlecht. Du, aber wo ist die hier? Die. Ich habe den Hund für mich gefunden. Das ist ein magisches Ding. Das ist eine Unikat. Das mache ich von euch zu Geld. Mit dem verdiene ich noch viel Stütze. Sonst kommt es dann halt in meine Ausstellung hinein. Will ich dir noch einmal zeigen, was das magische Ding alles so kann? Ja. Also entweder kaufen Sie ab. Und sonst kommt das. In meine Ausstellung ist das Gestell 2.0 oben links. Neben der ausgestopfte Elfen. Auf jeden Fall, im Dunkeln entfaltet sich die wahre Grösse von dem magischen Ding, mystischen Sachen. Ich zeige es dir hinten noch ganz sonst. Ich zeige es dir. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Applaus Das ist ein einzigartiges, magisches Ding. Höre ich eine Zahl? 10. 10. Viel zu wenig. 20. 20. Das war schon der beste Tag. 30. Höre ich sagen möchte? 30. 30. Das ist einfach noch viel zu wenig. 50. 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 Vielen Dank.